2 der wenig leben der da und komm ich halte ich mache das wenn wir brauchen einen der das bisschen unterstützt wie unterstützen der abtöten warte so ist der unverwundbar oder sind die chance ja die chance war nicht geladen ok leute wir haben keine medifix mehr ich hab den letzten mann kemmen verbraucht ja ich habe nur acht schuss in meiner pistole leute in die granaten fürs ende aufhalten aufbewahren das habt ihr gesehen oder la 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 leute heute danke das muss verkenntnis war auch das fans ist finns vorwerden durch die ist weiter verdanken ist selbst da war es ist und durch uns zu tun es nur um die übrigen das sieht gefährlich aus der ich die stünde jetzt nach gleich also da da wo wir es gibt zwei ja das heißt ich lege es eine hin macht die tür auf und jetzt und jetzt kommt er warum warum macht ihr nein tut das doch da rein nein ich nicht schießen und ich habe noch eins so jetzt der länder weil ich hab die ska macht aber nur ich wurde ja ich verbrenne super ja ich verliere nur die ganze zeit leben die skyd ist ein eisleiter ich nehme sie ja die schießt scheiße bei schlusslangen sonst wäre sie overpought ok ich habe ich habe eine rohrbombe das heißt wir müssen vorsicht damit umgehen auf müssten eure seire 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 da ist der fettsack wirklich habe ich fettsack wurde erledigt leben mit dem leben aufpassen weil jetzt ist knapp nämlich kurz vom ende jetzt ist schon hinten von hinten leute pass auf wenn kann man leute franz ist es raus ich bin gleich auch raus wenn wir nicht weiter das machen wir die büte wo es war es ist ich habe jetzt das wiederbeleben muss er naja ich kann ja auch wiederbelebnis wird ich mache das doch leute ne doch nicht ich habe denn die schwingte ich du bist wieder bei uns wie toll romantisch ok leute ich entfessel den zug hier und jedes ist kommt es noch oder hier sagt mythik ich habe ich bin zu ich habe kann mir nichts sagen wir sind beim ende ja hier ist vielleicht ein wie ich das mich gerade angreift ich merke den mit die formulierte kommen nur einmal benutzen dann ist er weg das war jetzt mal was auch hilfe habe ich ich habe die gekühlt oder wieso sind wir da reingelaufen ok leute jetzt müssen schnell ins haus ja und dann shotgun nehmen ihr wisst es ja und ich habe eine rotbombe das war eine wichtige ich höre ich höre trotzdem beschrungen das kommt von unerwartet neuer 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 naja ich weiß nicht auch wir mal mit des nahes versuchen wie denn hier leute leute verwendet das bitte ausdrücken leute jeder ein ding hier leute jeder ein ding hier wir brauchen das ich nehme mir stellt einfach irgendwo hin da wo dann die masse kommt einfach machen oder moment aber wir können uns jetzt vorbereiten und wenn ihr bereit seid lasst den zug los sind schon so es geht kein typ ist das wir sagen wir bleiben hier drin die brücke müssen wir noch irgendwie kaputt machen weil ich habe es vor ich habe nie zug losgelassen ist er gegen die brücke gefahren was ist das ja ich nehme auto shotgun das braucht man nämlich wir sagen wir biomisches zeug als boss draußen was 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 ich bin es nach ich glaube ich hier so ein bisschen drin nein sie sollten gibt es schon ab hierzu warte ich mal zu machen es gibt keine shotgun wenn nämlich halt auch weil die tür ist kaputt warte kurz die tür ist kaputt wie kann ich dich denn hier verraten hast du so erst willst du ja da ist der zug leute ich mache den los ja weil er muss gegen gehen linksbuchs fahren ok 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 dann mach jetzt ok jetzt schnell weg von da weg von jetzt schnell die brücke die brücke hoch vielleicht geht die brücke kaputt dann müssen wir sie sofort hoch hilfe ich habe ich habe ein abhallen oder wie das auch immer ist was das auch immer ist ich bin gleich tot ich bin voll langsam leute was macht ihr denn da ich dachte brücke hoch ja ich die wir gehen ich schaffe das nicht alleine ne leute ich habe kaum schott aber dann kommst du doch hier so weit haben wir es noch nie geschafft wir haben es ja noch nie gespielt verdammt verdammt leute ich werde ge 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 hunted keine ahnung ich habe acht Prozent leben so rohrbombe apropos solch rund ja ruhter bürger bürger wo es alle kennen wirkwerte wie die alle da hingehen woher weg da hat eine medikierte ist die technische verzehrten zurück weit da ist nicht mehr glaube ich noch verdammt dann ja ich kann wenn du kannst nicht weggehen du hast es aber käme ich habe es nicht alleine hier alles gegen die das nicht wir brauchen jeden mann mir ist aber gerade aufgefallen dass ich keine munition mehr habe ich habe nur die pistole und die pistole hat auch gleich ist wenn wir runtergehen oder ist da gleich eine basis ich habe keine ahnung ich brauche so viele munition oder wir gehen einfach jetzt hin kommt leute ich habe keine munition mehr ein bisschen weg weg alter das ding ich habe ich habe es nicht mehr ich habe es nicht ich habe es wieder leben ich habe keine position ich bin tot 20 sekunden tot die Bedeckung so gut ist alle ich kann mich nicht wieder nehmen hat er schafft es ist ja sicher weil er die weise wie er war so als er aufgehend wenn er vorhin alle ich will zurück in den beiden und ich werde gezogen wie ich nehme auf ach schweiß er in der Welt für die Welt ist es es sind zu viele und so eine gedeckung gibt deckung dürfen nicht schlagen alles klar ja dann nehme ich die ich habe ich habe aber ich habe noch munition das heißt nimmt eine von euch ich habe nichts ich bin tot ich bin tot ich bin tot nein nein ich versuche die zu töten das ist doch unmöglich okay ich würde sagen wir spielen was anderes oder andere mission ok oder so also leute das war es mit der aufnahme und wahrscheinlich gibt es jetzt einen kurzen cut und dann werdet ihr euch uns morgen sehen wahrscheinlich bis dann leute tschüss